Und ich hab jetzt mehr Bohnen, also kann ich mich später mehr boosten. So, mal sehen, was wir hier haben. Erstmal mehr Röhre. Doch das Sand, dass ich nicht früher hingehen konnte, wundert mich. Oh! Oh! Hier geht woanders hin. Moment, Moment. Ha! Wuch, ein Pinguin. Der ziemlich schnell ist. Wow! Der ist extrem schnell. Was willst du? Boah, Pingu. Sehr kreativ, naja. Ja, warum nicht? So. Nochmal Brostblume. Ich mag gerne Flächenschaden. Oh! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Was'n Arsch, kann ich den? Okay. Wow, der... Der ist fe! Okay, nicht mehr. Oh, schöne Punkte. Superpilz, aber kein Level Up. Schade. Haha! Oh, selbe Formation. Okay. Diesmal fahre ich nicht drauf rein. Ah, der nimmt keinen Schaden in den Bohrer. Ich geh mal vorher keine auf den Bohrer, Pingu. So. Muss sowieso mal wieder das Trampolin üben. Für Einzelgegner. Oh, das sieht gut aus. Eliminiert. So. Ähm... Bei euch... Basketballer. Ah, okay. Oh! Ja, die tollen Treffer, die zahlen sich jetzt sehr aus. Und Doppel Level Up. Oh, neuer Rang! Sternenrang. Ah, jetzt kann ich schon einkaufen gehen. Kein Bad! 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 Ah, okay. Der sieht auch nicht gut aus. Geschwindigkeit ist auch mies. Mies Verteidigung. Auch mies Angriff. Auch mies. Auch mies. Äh, Spezie. Es ist alles mies. Es ist ja egal was ich nehme. Na gut, dann nehme ich Bart. Scheiß drauf. Der hier will die zwei. So. Auch Luigi. Neuer Raum. Neuer Raum. Der kriegt mich... Wow, ich merke gerade sein Bartwert. Wow. Und ich könnte den immer noch boosten. Naja, okay. K. K.P. Ne. Spezie. Ne. Okay, da war nicht vier. Angriff. Verteidigung. Wäre auch nicht vier. Geschwindigkeit. Ja. Auch nicht vier. Okay. Da war ein bisschen mehr Verteidigung. Ja, ha, 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 ha. Ich hab's einfach drauf. So. So, jetzt geht's nach oben. So, dich baue ich jetzt mal nicht. So. Uiuiui. Ja. Das... Na. Autsch, Autsch. Wenigstens nehme ich nur ein Schaden dadurch. Ähm. Ah, da bleibt ein Basketballer. So. 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 Weiß. So. 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 Also. So. 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 Jetzt versuche ich mal das ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube das funktioniert. Ach, da komme ich nicht durch. Okay. Raus hier. So. Ah Mist, da müsste ich mich aufladen. Äh! So. Zack, 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 zack. Rauf mit dir. Ah, ich kann ja nicht direkt rauf. Huiiii. So. Alle schön erkunden hier. Und die Spice-Fly-Ringern. Okay, da ist nichts mehr. Der Sternbonbon. Ja, ich mache jetzt auf. Wuiiii. Einfach da hinfrehen. Moment. Tut sich was, wenn ich das kaputt glaub? Nö. Shit, zu langsam. Oh Gott, zwei von denen! Ah, wisst ihr was? Weil ich sie schon noch gar nicht benutzt hab. Ah, das ist zu random. Na komm. Fackeln wir sie richtig ab. Aber ich verstehe... Wow! Autsch! Da hat er mich ausgetrickst. Wenigstens brennt der da hinten. M-m-hmmm-hmmm. M-m-m-me-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Und weiter müsste eigentlich der Gummiball platzen. Dann gehen wir hier zum Fastballer. Ah, shit. Egal. Und tschüss. Das war cool. Und wir haben ja schon erfahren bekommen. Dann auch. Hehehe. So. Ich mach mal eins sicher kaputt. Ich mach mal eins sicher kaputt. Ok Läuft ja In Südkühl Was? Ok Grüne Panzer Ok Ich hab den immer zuerst gekillt bevor ich irgendwas gesehen habe Oh Moment So Den kann ich einfach so kaputt machen Und Geschafft Wenn ich weitergekriege gleich mein nächstes Level Aha Ich sehe schon das schweben Münzen rum Und da oben ist mein Stil Moment 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 Ich sehe schon Ich sehe schon So Da Ähm Oh Na komm Moin Na komm Das war jetzt eigentlich ziemlich viel Geld Das war jetzt eigentlich ziemlich viel Geld Mal den Tischenweg da gehen Oder auch nicht Ich kann ja den Rest noch erkunden Von daher Ich kann ja den Rest noch erkunden Geld Ich bin eh schon so extrem reich Ich bin eh schon so extrem reich So habe ich halt das Gefühl Ich warte ein bisschen ab So So Oh Da ist nichts Ich Ich muss mich nur rechts halten Was haben wir hier Ehm Pilzhandschuhe Was haben wir denn da schon wieder Was haben wir denn da schon wieder Naja Naja Wenn man der vorsichtigere Typ ist Daher gibt es schon eher zehn aber Daher gibt es schon eher zehn aber Brauch ich nicht Brauch ich nicht Du 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 Ah Na komm So Hui Oh das hätte ich nicht tun sollen So Wieder aufplustern So Links halten So 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 Perfekt Und weiter geht's Okay Speicherblock Gott wie hoch sind wir denn da schon So 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 Wir Mel Wir wollen dich nicht stören, aber wir brauchen ganz dringend das Sternserum. Ihr seid ja lustig, Freunde. Kommt einfach so reingeschneit. Wie aus dem Nichts? Wenn wir nicht alle Sternserum sind, ist das Pilzkönigrecht im Unterkörper geweiht. Sonst fehlt nur noch eins, und das brauchen wir. So eine Bitte hat ihre Berechtigung. Aber ich habe gerade zu tun, Freunde. Macht's gut. Was ich zu tun habe, das seht ihr doch. Nein? Dann schaut mal nach oben. Der Himmel, meine Pose, versteht jetzt immer noch nicht. Ihr seid echt unspirituell. In dieser Pose empfange ich die Strahlen des Weltalls. Ich gleite die Kraft des Arts in meinen Körper, Freunde. Mit der Kraft des Weltalls wird alles möglich. In letzter Zeit kann ich sogar riesige Kerle mühelos herumbirbeln. Das macht Spaß. Wisst ihr, wie lange ich das schon mache? Tausend Jahre. Tausend. Nach tausend Jahren solltest du allmählich einmal rasten. Ruhe Pausen sind nötig. Oh, ich würde gerne rasten. Aber ich habe eigentlich ja keine Lust mehr. Aber es ist gar nicht so leicht, diese Balance aufzugeben. Meine über tausend Jahre gehaltene Balance. Wenn ihr sie brechen wollt, sollt ihr das Sternserum haben, Freunde. Ach, vergesst es. Gitzeln bringt gar nichts. Um die Balance zu zerstören, braucht ihr schon etwas heftigeres, Freunde. Vergesst es. So ein müder Lufthauch bewirkt gar nichts von mir. Ihr seid wirklich unspirituell. So was. Das hilft eigentlich. Smarer Luigi. Versuchten mal ihn mit einer heftigen Attacke umzuwerfen. Okay. Uh. Oh, das ist Bosskampf. Oh shit. Ähm. Ähm. Moment. Da hab's hier rum. Dann hau ich den mal um. Ähm. Mit Basketballer. So. Das ist ein Schutzschild. Okay. Ähm. Dann halte ich mich mal selbst. Ah. Falsch. Qualität. Norm. So. Luigi. Ähm. Basketballer bringt nichts. Gumm. 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 Den Boden zum Beben, wo es wohl solch eine Attacke gibt. Nun, dann werde ich weiter in meiner Pose verweilen. Oh, im Wald. Oh, habe ich das laut gesagt? Na, jetzt ist es egal. Die Spezialattacke ist im Wald. Woher weißt du das? Das Weltall weiß alles. Ich schöpfe aus der Geschichte von tausend Jahren. Und jetzt geht's schon zum Wald, Freunde, zum Wald. Om, om.